Mit unserer VR Secure Sign-App empfangen Sie Transaktionsnummern, die sogenannten TANs, jederzeit sicher und bequem auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Installieren Sie dazu die VR Secure Sign-App auf Ihrem mobilen Endgerät. Beim ersten Start der App vergeben Sie ein sicheres Anmeldekennwort. Es gilt ausschließlich für Ihre VR Secure Sign-App. Jetzt geben Sie die Bankverbindung der Volksbank Waltrop und Ihre VR-Kennung oder Ihren Alias ein. Sie gelangen auf die Nachrichtenliste. Dort finden Sie den Hinweis, dass der Freischaltcode für die App beantragt wurde. Sie erhalten den Freischaltcode innerhalb weniger Tage mit der Post. Um den Code einzugeben, wählen Sie im Menü der App Freischaltcode eingeben aus. Geben Sie den Freischaltcode ein, den Sie mit der Post erhalten haben. Fertig! Im Menü können Sie weitere Bankverbindungen freischalten, Ihre Nachrichten verwalten, Einstellungen vornehmen und Informationen über die App erhalten. Beim nächsten Online-Banking finden Sie die TAN bequem und sicher in der Secure Sign-App.